Möge die Spiegelung im Steelbook mit mir sein und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen frischen Video zu einem der üblichen Verdächtigen, die ja sicherlich rauf und runter schon gezeigt worden sind. Ich habe es mir allerdings nicht nehmen lassen nach gut zweieinhalb Wochen Videopause, auch meinen Senf dazu zu geben, vor allem da ich mich sehr auf den Film freue, natürlich Star Wars das Erwachende macht. Über die Verpackung selber wurde sehr oft diskutiert, dass das Ganze keinen Titel selber auf dem Steelbook hat, das auf den Beinen der Schriftzug nicht ist. Ich meine mal, wenn man das Teil schon sieht und man hat ja quasi diesen klassisch designten Viertel, Dreiviertel der Schuber da herum, dann weiß man doch eigentlich welcher Film es ist. Man braucht nicht unbedingt einen Filmtitel drum. Also ich muss sagen, naja, ist natürlich wieder so eine Sache von wegen Kontinuität gegenüber den alten Steelbook-Veröffentlichungen von 20th Century Fox. Ja, über den Film selber brauche ich an dieser Stelle nicht mehr, eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich muss sagen, ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, obwohl natürlich die ersten Artworks, die Anfang des Jahres angekündigt worden ist, eigentlich mehr oder weniger dieses schön gezeichnete Poster-Motiv gezeigt haben, was eigentlich auf der Frontseite sein sollte. Allerdings, ja, hat man sich dagegen entschieden. Disney zieht ja komplett das altbekannte Programm durch. Das, was sie auch schon bei den ganzen Steelbooks zu den Marvel-Filmen gemacht haben. Ist schon obskur, dass im englischsprachigen Bereich selber das Steelbook mehr oder weniger einen geprägten Titel hat und auch im Spying-Titel nicht diese ganzen Avatar-Bilder von den Hauptfiguren. Und wir hier mehr oder weniger eine eher von Schrift befreite Version bekommen haben. Vielleicht sind es Mängelexemplare, vielleicht sind es Fehldroge, keine Ahnung. Kommt natürlich drauf an. Aber ich muss sagen, vollkommen, also ich bin vollkommen okay, wie das Teil schon so aussieht, ausgepackt. Wir werden es natürlich gleich noch auspacken. Und ich muss auch sagen, vom Preis her finde ich es auch okay. Müller derzeitig für 24,99 Euro. Mit diesem schönen Rabatt-Coupon habe ich nochmal 2 Euro gespart. Also habe ich insgesamt 22,99 Euro für das Steelbook ausgegeben. Was noch ein vollkommen okayer Preis ist. Also ich muss sagen, für einige der Marvel-Filme habe ich definitiv mehr ausgegeben, fast 30 Euro teilweise. Ja, das Ganze ist hier natürlich eine gewohnt klassische Aufmachung. Und wir machen das gute Stück natürlich auf. Also wenn ich es denn aufkriege, ist es schon mal gut verpackt. Wobei ich sagen muss, dass bei uns Müller, wenn überhaupt gerade mal 6 Steelbooks rumlagen. Aus welchem Grund auch immer. Also mehr gab es nicht. Na gut, es wird sicherlich auch genug Vorbestellungen gegeben haben. Und es ist halt die Frage, wie viele Exemplare selber es von diesem Teil gibt. Aber ich muss sagen, es ist insgesamt doch recht ansehnlich. Obwohl ich sagen muss, dass es schon recht dunkel gehalten ist. Und ja, natürlich diesen klassischen Schubert, den ich auch dann eigentlich immer gut finde. Vor allem, also vom Allgemeinen her. Und schauen wir uns den erstmal an. Also hier vorne haben wir natürlich den üblichen. Den Titel haben wir da drauf. Ich meine mal, Kylo Ren ist bis jetzt nur in einem Film aufgetaucht. Also wird doch jeder damit klarkommen. Gut, dann haben wir hinten natürlich noch ein paar Szenenbilder. Selber eine Samenfassung der Handlung, die üblichen Credits. Dann natürlich hier noch eine Samenfassung der Extras. Wobei ich vor allem auf die, also auf die entfernten, beziehungsweise zusätzlichen Szenen gespannt bin. Denn eine Szene ist ja rausgeflogen. Deswegen gab es ja so zum Ende des fünften Handlungssprung, quasi so einen kleinen Szenensprung. Diese Szene ist hier wieder dabei, wie zwei Verfolgungsjagden, die der Schere zum Opfer gefallen sind. Ja, das ganze technische Gedöns, wie man es halt so kennt. Und jetzt gucken wir uns das Teil natürlich an. Ja, vorne auf der Front befindet sich natürlich der gute Kylo Ren. Im Charakter auch, über den sehr viel diskutiert worden ist. Und über den sicherlich noch mehr diskutiert wird, wenn Episode 8 dann 2017 in den Kinos kommt. Aber ich finde es selber von der Umsetzung her doch recht gut gehalten. Es ist ein mattes Steelbook. Im Allgemeinen finde ich mattes Steelbooks auch irgendwie besser, weil diese Hochglanz Steelbooks, von denen auch einige habe, ja, die sind so fingerdruckempfindlich. Und ja, und das sieht schon richtig cool aus. Hier vor allem mit dem Lichtstrahl von seinem wirklich self-made Brutzellaserschwert, mit dem man bestimmt auch Würstchen braten kann. Und hier haben wir natürlich den besagten, kritischen Spine, wo mir eigentlich eine Figur fehlt und das ist Poe Dameron. Wo haben sie den gelassen? Na gut, der hat irgendwie nicht drauf gepasst. Hätten noch Mass Caneta drauf gemacht, etc. pp. Aber ich muss sagen, das gefällt mir. Also ich meine mal, ich brauche jetzt nicht unbedingt den Filmtitel drauf. Das ist halt dieses typische Disney-Design. Und auf der Rückseite ein Stormtrooper. Da muss ich schon manchmal sehr schmunzeln. Das ist natürlich die gute Brienne von Tarth, a.k.a. Captain Fasma. Ja, so ein Comic-Relief, neben Bösewicht-Charakter, der allerdings in Teil 8 eine größere Rolle haben soll. Und es gefällt mir. Es ist schön düster gehalten. Es ist allgemein so vom Look her dann doch relativ, muss ich sagen, minimalistisch. Aber ich muss sagen, es hat was, definitiv. Und es fässt sich gut verarbeitet an. Und eigentlich mehr will ich an dieser Stelle auch nicht. Und ja, innen drin haben wir natürlich die obligatorische Werbung. Und natürlich auch zwei Discs, was ja auch relativ selten ist. Und hier hat man quasi das Motiv des Steelbook-Innendrucks genommen, was auch, muss ich sagen, sehr cool aussieht. Und dann haben wir natürlich hier auch noch die Bonus-Disc, wo natürlich auch diese Drehbuchbesprechung mit drauf ist als Feature. Neben den zusätzlichen Szenen, auf die ich schon mal sehr gespannt bin. Ja, sieht man natürlich ABC, also kann man eigentlich überall abspielen, sagen wir es mal so. Und natürlich das Innen-Artwork. Obwohl ich jetzt definitiv sagen muss, mir hätte dieses eine Bild gefallen, wenn Kylo Ren quasi auf diesem vereisten Planeten da, wo die Starkiller-Base ist, quasi, wenn er uns dann nicht schwer da reingeht in diesen Wald, das hätte mir auch gefallen als Innen-Artwork. Weil, das hätte sich auch viel besser vertragen mit dem Äußeren. Sagen wir es einfach mal so. Es gibt eine ganze Menge wirklich cooler Motive, die man hier für diese Steelbook hätte benutzen können. Letzten Endes ist es allerdings dieses geworden. Finde es vollkommen okay. Obwohl ich sagen muss, ja, es ist so eine typische Verfolgungsjagd, so eine typische Star Wars-Verfolgungsjagd, wo der Millennium-Falke das erste Mal wieder in Action ist. Ja, ist jetzt an sich, muss ich sagen, vollkommen okay. Gut, damit muss ich jetzt eigentlich sagen, wird sicherlich die Star Wars-Steelbook-Sammelmanie wieder angefangen hier auf dem Kanal, was ja letzten Jahr die Hobbit-Filme waren, wird jetzt definitiv hier an dieser Stelle die Star Wars-Filme sein. Denn von dem ersten Star Wars-Story-Film, Rogue One, wird es definitiv nächstes Jahr auch ein Steelbook geben. Darauf könnt ihr schon mal einen lassen. Ich muss sagen, ich bin mit dem Release selber vollkommen zufrieden. Vielleicht habe ich auch nicht allzu große Ansprüche, aber mir geht es in erster Linie vor allem um den Film, mit dem Film endlich mal im Heimkino reinzuziehen. Ich bin schon total heiß, wie ein Schnitzel drauf, mir diesen Star Wars-Film reinzuziehen. Mal gucken, wie er dann beim zweiten, also beim zweiten Schauen dann wieder auf mich wirkt. Und ja, mehr kann ich jetzt eigentlich an der Stelle auch nicht sagen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Vorstellungsvideo hier zu Star Wars, das Erwachen der Macht, gefallen. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Steelbook findet. Na gut, die meisten Kommentare werden definitiv relativ klar ausfallen, dass die meisten eher das amerikanische Best Buy Steelbook bevorzugen. Aber ich muss sagen, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich habe jetzt den Film in der Sammlung und das war es jetzt auch. Sagen wir es einfach mal so. Ja, weil da draußen warten ja noch zig andere Filme quasi hier in die Sammlung zu kommen. Vor allem alte Filme. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.